Ausgerissen, rausgerissen, ohne Alarmfall, unser Ethik-Kodex, unsere Logistik-Ehre, ihr habt sie entweilt. Meine kleinen Ameisen, was tut ihr mir nur an? Ihr habt es nicht verdient, zu picken, zu packen, zu labeln oder auch nur zu scannen. Nicht die Scanner. Alles, aber nicht die Scanner. Nicht die Scanner. Ohne Scanner sind wir doch blind. Die Buchstaben verlieren doch ihren Sinn hier. Kacken-Mördinger, ein Wort ohne Bedeutung. Die große Zerballen, die mutige Kieze im Mund. So, jetzt reiß ich zusammen. Was? Wir brauchen den Zentralplan. Wie? Wie soll denn bitte in eine Ordnung, was unendlich ist? Ja, schatzen wir das mal an? Wie in eine Ordnung soll, was unendlich ist?